Der Partner liebt seine Frau. Er verehrt seine Frau. Er dreht sie so zart auf seine starke Hände durchs Leben, dass die meisten badischen Weiber gar nicht merken, dass sie tragen werden. Er schenkt ihr in Gedanken jeden Tag eine Blumenströssle. Und, wenn du wissen willst, wie es wieder geht, besorgt er das neue Hörbuch. Badisches Remi-Demi vom Helmut Dold.